Mein Name ist Martin Frost und ich habe zusammen mit zwei Mittätern den Darknet-Marktplatz WallStreetMarket gegründet und geführt. Und damit haben wir auch viel Geld verdient, bis wir dann verhaftet wurden. Hallo Martin. Hallo. Jag77 hat sich gefragt, wie kamst du auf die Idee, den Marketplace zu gründen? Man muss dazu wissen, ich bin schon relativ früh in der Szene gewesen. Und mit Szene meine ich die Fraud-Szene, also alles, was mit Kritikartenbetrug, Phishing usw. zu tun hat. Den ersten Kontakt hatte ich im Alter von 15 Jahren. Und am Anfang liest man nur mit. Und dann lernt man Leute kennen, dann wird man vielleicht auch mal selber tätig. Und ich habe in dieser Szene dann auch meine späteren Mittäter kennengelernt. Und wir kannten uns schon einige Zeit. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, Darknet-Marktplätze, das ist interessant. Und es ist nicht interessant, weil dort illegale Sachen verkauft werden, sondern weil es technisch interessant ist. Und wir haben dann gesagt, wir machen auch sowas, aber technisch besser. Und am Anfang auch gar nicht mit der Intention, Geld zu verdienen, sondern um es erstmal besser zu machen. Später ist dann natürlich auch das Geld interessant geworden. Quentin Lünsch möchte wissen, hattest du einen Tarnjob? Also einen Tarnjob würde ich nicht sagen. Ich hatte zu der Zeit, als wir den Marktplatz am Laufen hatten, hatte ich nicht so ein Unrechtsbewusstsein. Das war für mich nicht so schlimm. Ich hatte immer einen Vollzeitjob. Also ich habe Elektroniker gelernt und habe auch sehr gutes Geld verdient bei einem großen Konzern. Und nebenher quasi den Wall Street Market gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist mein Tarnjob, sondern es war eben mein richtiger Job, den ich auch weitergemacht habe. Drake möchte wissen, welche Produkte habt ihr konkret angeboten? Wir haben persönlich nichts angeboten. Wir haben aber natürlich zugelassen, beziehungsweise das technische Umfeld geboten, um Produkte zuzulassen. Ihr könnt euch das vorstellen, technisch gesehen wie eBay. Wir waren eBay, wir haben die Vermittlung gemacht und haben dafür Provisionen bekommen. Und angeboten wurden tatsächlich hauptsächlich Drogen. Es gab auch einen Bereich mit digitalen Gütern und digitale Güter sind in diesem Kontext eben Kreditkarten, PayPal Accounts und so weiter. Und natürlich auch Schadsoftware. Auch gefälschte Ausweise, Rechnungen, Dokumente und so weiter. Es gab auch Verkäufer, die sowas angeboten haben. Wurstfrau hat sich gefragt, wie viel Kontakt hattest du zu den Dealern? Also persönlichen Kontakt gab es nicht. Die Dealer, die Verkäufer konnten sich dort anmelden. Ganz ähnlich, wie man es bei eBay auch kann. Und dann konnten die ihre Angebote platzieren. Wir hatten ein Levelsystem, das heißt neue Vendoren, da wurden die Angebote dann quasi freigeschaltet durch uns und geprüft. Vendoren, die im Level weiter hochgestiegen sind, also mehr verkauft haben, da ging es automatisch. Aber einen persönlichen Kontakt zu den Verkäufern oder Verkäufern hatten wir nicht in dem Sinn. Auch das, was die Dealer uns zahlen, war festgelegt. Ich habe ja vorhin erzählt, wir hatten ein Levelsystem, das ging von Level 1 bis 10. Und die Dealer hatten sogenannte Experience Points. Und das hat sich aus einem Algorithmus zusammengesetzt. Wie viel Verkäufer, was ist das wert, wie sind die Bewertungen. Und je nachdem, in welchem Level der Verkäufer ist, zahlt er dann Provisionen an uns. Und das ging so circa von 6% bis runter auf circa 2%. Slay interessiert, was macht einen guten Darknet-Dealer aus? Ja, das ist so eine Frage, da geht es wieder in Richtung Tutorial. Aber ich sage es ganz ehrlich, erst mal kommt nicht auf die Idee, es endet nicht so gut. Aber natürlich ist es im Darknet und auch auf der Straße nicht anders als im echten Leben. Und da sind dieselben Skills gefragt. Also man muss halt wirtschaftlich denken und man muss eben wissen, wie man seine Produkte verkauft. Und das ist auch so ein Irrglaube, die Leute denken, es ist im Darknet und illegal leichter. Würde ich nicht so sagen. Deswegen, wenn man sowas kann im Darknet, wenn man dealen kann und erfolgreich ist damit, dann würde ich empfehlen, probiere es legal, weil dann kannst du das auch, da hast du das Zeug dazu. HighSky fragt, wie lief der Geldtransfer ab? Im Darknet und auch bei uns wird mit Krypto-Coins gezahlt. Bei uns war es hauptsächlich Bitcoin, den fast jeder kennt. Wir hatten aber auch einen sogenannten Private-Coin implementiert und zwar Monero. Migo Leto möchte wissen, wie habt ihr Geld gewaschen? Wie haben wir Geld gewaschen? Ich glaube erstmal, es ist ein Unterschied, Geld waschen und Geld auszahlen sind ganz unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, so mit den Begriffen wird es so um sich geworfen. Es gibt Möglichkeiten, Bitcoins auszuzahlen, auch anonym. Da möchte ich jetzt aber keine Anleitung geben. Aber Geld gewaschen im klassischen Sinne, dass man das in einen legalen Kreislauf bringt, ist ja nochmal was ganz anderes. Das haben wir nicht gemacht. Unkontrollierbarer Veganer möchte wissen, wie viel Kohle hast du verdient? Als wir gestartet haben, haben wir eigentlich nichts verdient. Es gab große Marktplätze, Alphabay damals, Dream Market, ich sage immer Amazon, Ebay gab es schon. Und deswegen sind wir auch nicht mit der Erwartung reingegangen, viel Geld zu verdienen. Später war es allerdings so, dass immer mehr Marktplätze offline gegangen sind. Zuletzt, kurz vor unserem Bust, Dream Market. Und da war es dann schon so, dass wir im Monat, wir waren ja zu dritt, jeder mehrere hunderttausend Euro verdient hat. Ich wurde ja später verhaftet, habe meine Bitcoins freigegeben. Und diese Bitcoins waren, wir hatten es dann ausgerechnet, zum Urteil um die 30 Millionen Euro wert. SBGH möchte wissen, was war das Schlimmste, was du jemals im Darknet gesehen hast? Man findet im Darknet viel. Es ist, also, so diese Standarddinger sind ja so Red Rooms, die russischen Hunger Games, so Gordzeug. Da ist Gott sei Dank sehr viel Scam. Was es aber gab, und das hat mich schon sehr erschrocken, es gab damals ein Diskussionsforum, DIDW, Deutschland im Deep Web, der Betreiber wurde übrigens auch verhaftet. Und da gab es einen Bereich für Menschen, die Suizid begehen möchten. Und da hat man sich dann gegenseitig Tipps gegeben, wie man sich am besten umbringt. Und das fand ich schon erschreckend, weil ich finde, da sollte man ja eher das andere machen und den Menschen irgendwie helfen und vielleicht andere Auswege aufzeigen. Pepe Pipe möchte wissen, wie hast du es geschafft, so lange unentdeckt zu bleiben? Also, zum Thema unentdeckt bleiben. Natürlich nutzt man, wenn man das Darknet nutzt. Und wenn wir über Darknet reden, ist ja meistens der Tor-Browser, beziehungsweise das Tor-Netzwerk gemeint. Und es ist ja anders wie bei einer normalen Internetverbindung so, dass deine Verbindung eben über mehrere Relays, also über mehrere Knotenpunkte geleitet wird. Und so soll anonymisiert werden. Das heißt, der Server, den du anfregst, der weiß eigentlich gar nicht, wer du bist, sondern er sieht die IP von dem Relay und nicht von dir. Und das macht es Behörden natürlich schwieriger, da auch Personen und Server zu identifizieren. Nichtsdestotrotz sind auch VPNs und das Tor-Netzwerk nicht hundertprozentig anonym. Und die Behörden gucken natürlich auch so Marktplätze. Bei uns hat das FBI, BKA, Europol, die niederländische Polizei, die haben alle ermittelt. Und irgendwann schnappt die Falle dann zu. Manu interessiert, wer wusste aus deinem Umfeld alles davon? Niemand tatsächlich. Also die Leute, die wussten, was wir machen, waren ich und meine Mittäter. Und meine Mittäter kannte ich persönlich gar nicht. Und das war natürlich dann auch ein Riesenschock für die ganze Familie, als wir dann verhaftet wurden. Weil dann kam das natürlich raus. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Freundin angelogen habe über längere Zeit. Oder zumindest nicht die ganze Wahrheit erzählt. Ich habe gesagt, ich arbeite im Bereich Internet-Marketing, Webdesign. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte da auch eine Firma in dem Bereich. Und das war natürlich eine Lüge, die genau gepasst hat. Weil wenn meine Freundin ins Zimmer kommt und auf den Rechner guckt, ob du eine normale Webseite programmierst oder einen Darknet-Marktplatz, das sieht auf den ersten Blick ganz genau gleich aus. Joe G. möchte wissen, warst du auch außerhalb vom Darknet-Kriminell? Joe G. Nein, ich bin tatsächlich Ersttäter, wie meine Mittäter auch. Also wir sind alle nicht vorbestraft. Wir haben auch keine Straßenkriminalität begangen. Und das ist auch ein Ding, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ich glaube, Cyberkriminalität wird nicht ernst genommen, auch von den Tätern. So war es auch bei mir. Man kann das sehr gut runterspielen, weil man natürlich vor dem Rechner sitzt mit einem Kaffee in der Hand und hochkriminelle Taten begeht. Und so war es auch bei mir. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Thronpiloten. Mir wurde später erst bewusst, was da alles dranhängt. Man kann sich das gut irgendwie schönreden. Ich habe mir dann vorgelogen, wenn ich das nicht mache, dann macht das jemand anders. Leute, die Drogen kaufen, die machen das ja sowieso. Das ist aber natürlich nicht die ganze Wahrheit. Aber es fällt halt leicht im Internet. Ich vergleiche das, wie gesagt, immer gerne mit einem Thronpiloten. Der sitzt in einem Rammstein, der fliegt eine Predator-Drohne, der drückt auf den Knopf und irgendwo am anderen Ende der Welt sind zehn Menschen gestorben. Wenn man diesen Mann jetzt aber, diese zehn Menschen hinstellt mit einer Waffe, wird er sehr wahrscheinlich nicht abdrücken können. Obwohl das Ergebnis eigentlich genau das gleiche ist. Und ich glaube auch deswegen, man könnte jetzt auch sagen, dass Cyberkriminelle nicht die Eier haben, im echten Leben kriminell zu werden. Weil da siehst du natürlich direkt die Konsequenzen eines Handelns. Und das ist im Bereich Cybercrime komplett anders. Electric Legend 238 möchte wissen, gab es ethische Grenzen für dich? Also wir haben alles, was mit Pornografie zu tun hat, gab es nicht. Und vor allem Waffen waren bei uns verboten. Es gab damals auch andere Darknet-Marktplätze, die Waffen angeboten haben, wo Waffen gehandelt wurden. Aber sowas war bei uns tabu. Lara kifft gern mal ein, hat sich gefragt. Warum wurdest du erwischt? Bei mir war es wohl schlussendlich so, dass eine Bitcoin-Zahlung, die gemixt wurde, also eigentlich anonymisiert, nachverfolgt werden konnte. Und da sieht man, dass auch gerade im Bereich Blockchain die Behörden eben schon Möglichkeit haben, Zahlungen auch nachzuverfolgen. Es war so ein Mix bei uns. Unsere Server standen im Cyberbanker. Das ist ein Hoster gewesen, der viel illegal Seiten gehostet hat. Auch dieser Hoster wurde nach uns hochgenommen. Und die Behörden haben es geschafft, unsere Infrastruktur trotz Tornetzwerk aufzuklären. Und hatten damit dann auch tatsächlich auch physisch Zugriff auf unsere Server. Und da ergeben sich dann natürlich ganz neue Ermittlungsansätze. Lars Schmeidinger hat sich gefragt, wie lief die Verhaftung ab? Ich kann mich noch ziemlich gut an die Verhaftung erinnern tatsächlich. Das war eigentlich für mich ein Tag wie jeder andere. Ich hatte Spätschicht, das heißt, ich habe morgens mich um den Wall Street Market gekümmert, bin dann arbeiten gegangen. Und bin dann mit meinem besten Freund, dem Dennis, ins Training gegangen. Abends nach der Spätschicht. Und ich bin gegen 12 Uhr nachts nach Hause gefahren. Und ich habe gar nichts gemerkt, es war ein ganz normaler Tag. Und bei uns war es so, wir hatten eine Tiefgarage. Und das waren mehrere Parteien. Du konntest dann drücken, dass das Tor aufgeht. Und ich habe immer schon vorher gedrückt, wenn ich so um die Kurve gefahren bin, dass man dann gleich rein kann. Und ich wollte reinfahren und da steht ein ziviles Auto. Und dieses Auto ist dann auf einmal rückwärts gefahren. Und ich dachte, ah, kacke, der fährt mir jetzt aufs Auto drauf. In Wirklichkeit war das aber das BKA, beziehungsweise die GSG 9. Und dann ist es auch schon laut und turbulent geworden. Dann sind GSG 9 Beamte aufs Auto zugestürmt mit vorgehaltenen Waffen, Maschinenpistolen. Und haben mich dann quasi aus dem Auto gezogen. Und dann bin ich erst mal da gelegen mit einem Knie auf dem Rücken. Und das ging alles ziemlich schnell. Ali 009 möchte wissen, welche Strafe hast du bekommen? Ich habe in erster Instanz letztes Jahr, Anfang Juli 2021, vorm Landgericht Frankfurt, wo das Ganze verhandelt, habe ich sieben Jahre, neun Monate bekommen. Wir sind aktuell in Revision. Ich habe das große Glück, auf freiem Fuß sein zu dürfen. Und wir warten jetzt auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Die Zeit im Gefängnis ist schlimm, vor allem im U-Haft, weil du bist natürlich, ne, ich selber schuld, aber du bist natürlich rausgerissen, du siehst deine Family nicht. Ich durfte keinen Kontakt haben zu meiner Freundin, zu meinem Kind, zu meinen Eltern. Und das ist natürlich schon schlimm. Und du bist dann irgendwie 23 Stunden in der Zelle mit eigentlich nichts. Ich hatte ein Radio drin, das ging leider nicht. Und da muss man tatsächlich gucken, dass man in der Birne irgendwie stabil bleibt. Also es war nicht einfach. Kalte Limonade möchte wissen, hast du dir Geld zur Seite geschafft? Nein, ich habe tatsächlich alles freigegeben an die Behörden, meine Mittäter übrigens auch. Und die Bitcoins aus unserem Bast hat das Bundesland Hessen letztes Jahr veräußert. Und da sind 100 Millionen Euro zusammengekommen. Was wir haben, sind Steuerschulden. Denn Warbeu hat sich gefragt, könntest du dir vorstellen, für die andere Seite zu arbeiten? Stand jetzt würde ich sagen, nein. Ich finde mich ganz gut in einer neutralen Rolle. Aber natürlich möchte man auch keinen irgendwie in die Pfanne hauen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, aktuell nein. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Mensch, der irgendwie jetzt einen Groll gegen Beamte hat. Auch nicht die, die mich festgenommen haben und auch nicht gegen die Staatsanwältin. Die machen alle ihren Job. Und der Job ist auch wichtig. Aber Stand jetzt, glaube ich, würde ich so ein Angebot wahrscheinlich nicht annehmen. Planloser Dude interessiert, würdest du alles nochmal genauso machen? Ich würde alles komplett anders machen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich schon mit 16, 17 Jahren mir sagen, hey Kumpel, setz dich mal auf einen anderen Stuhl, guck dich von außen an und dann bewährt die Situation. Weil man denkt natürlich immer, was man macht ist cool und keiner denkt, er ist ein böser Mensch. Aber objektiv gesehen ist das, was wir gemacht haben, richtig scheiße. Und ich würde es auf jeden Fall nicht wieder so machen. Weil natürlich dieses Handeln hat Konsequenzen für mich, die habe ich verdient. Aber es hat auch Konsequenzen für ganz viele andere Menschen. Angefangen bei meinem nahen Umfeld, Sohn, Freundin, Family, bis hin zu Menschen in Südamerika zum Beispiel, wo die Drogen hergestellt werden und jeden Tag Menschen fürs Geschäft sterben. Und das hat man natürlich unterstützt. Also definitiv, nein, ich würde es nicht nochmal so machen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal hier. Und wenn ihr wissen wollt, was Banks über chemische Cannabinoide zu sagen hat, dann klickt hier.